Metal-Leute, ich bin Neue hier. Drachenlord hatte gestern auf seinem TikTok-Account ein TikTok-Video hochgeladen, wo er der ganzen Welt zeigen wollte, was für ein schönes Tattoo er sich doch stechen lassen hat. Und zwar auf seinem rechten Unterarm. Ich komme darauf gleich nochmal weiter zu sprechen. Das TikTok-Video ist mit der Zeit auch gesperrt worden, und ich sag euch auch gleich warum, und ihr werdet auch gleich sehen warum. Denn Drachenlords-Tattoo hat da auch ein wenig geblutet. Ich zeig's euch mal eben. An der Stelle mache ich die furchtbare Musik mal aus, wegen Urberecht und so'n Scheiß, und dann kann ich sowieso noch etwas erzählen. Oben links in der Sprechblase steht, Danke, dass ihr mich mein Leben lang begleitet und getestet habt. Mit ihr sind die Hater gemeint, die Drachenlord begleitet haben, auf seinen ganz schweren Lebensweg, den natürlich komplett nur die Hater zu verantworten haben, und nicht Drachenlord, weil Drachenlord ist ja nicht derjenige angeblich. Auf dem Tattoo, was man links sieht, also von der Frau im Hintergrund, steht Dynasty, und das gleiche steht auch bei Drachenlord drauf. Das Tattoo ist bei Drachenlord haplos Spiegel verkehrt, weil die Kamera einfach das Bild spiegelverkehrt gefilmt hat, warum auch immer, vielleicht hat er das selbst eingestellt, ich weiß es nicht. Ihr seht aber, dass das Kreuz rot gefärbt ist. Das ist keine Farbe, das ist Blut und Wundwasser. Drachenlord hat wegen diesem Problem nämlich auch ein Second Skin auf dem Tattoo drauf, damit die Wundheilung besser verläuft. Den Second Skin kann man hier tatsächlich auch ziemlich gut sehen, und deswegen sieht das Tattoo auch ein bisschen aus wie ein Abziehbild. Das Tattoo sieht meiner Meinung nach auch echt scheiße aus, ich bin ganz ehrlich, ich mag Tattoos oder so nicht, aber das sieht wirklich nicht gut aus, weil die Positionierung ist falsch, dann ist es natürlich auf einen, sagen wir mal, auf einen verfetteten Arm tätowiert worden, und wenn er dünner oder sogar fetter werden sollte, sagen wir so wie es ist, wie es irgendwann mal passieren muss, dann wird sich das Tattoo einfach massiv verformen. Das Kreuz ist meiner Meinung nach auch nicht gelungen, aber egal, es dreht sich nicht um das Tattoo selbst, sondern um die Umstände des Tattoos. Ich mag das Tattoo nicht, ich sage es gerade aus, aber darum geht es nicht. Der Ursprung vom Tattoo ist auch die Band Durasmus, und ich zeige euch mal warum. Das Bild, was man hier mit der Kunde sieht, das ist das Beispielbild, und das hat Drachenlord wahrscheinlich auch im Tattoo-Studio gezeigt. Jo, mach Ezela das Tattoo auf meinen Arm rauf, scheißegal auf Verluste. Und das Original sieht man hier, das Tattoo ist auch auf dem rechten Arm, Drachenlord hat das Tattoo auch auf dem rechten Arm. Beim TikTok-Video ist es zwar links platziert, also auf seinem linken Arm, aber das Bild ist spiegelverkehrt. Für die Leute, die keine Ahnung haben, Durasmus oder Durasmus, das ist mir scheißegal, ist eine finnische Rockband, und die hatte ihre Höhe so ungefähr im Jahre 2003 oder so gehabt. Und mit der Zeit bis heute ist sie immer irrelevanter geworden, und ich kann mir gut vorstellen, dass Drachenlord mal ein paar Lieder, von denen mal selten gehört hat, das Bild sah und sich dann dachte, Boah, das will ich unbedingt haben. Ich habe zwar kein Geld, zumindest sage ich das in den Medien, aber ich will es haben. Und hier kommen wir jetzt zum springenden Punkt. Nordbayern schreibt, YouTube-Kanäle des Drachenlord gesperrt, bla 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 bla, Winkler ist damit quasi mittellos. Heißt, er hat kein Geld, um damit irgendwas zu machen. Dann berichtet später der Standard, aber hauptsächlich auch Nordbayern als Quelle, wie Nordbayern berichtet, habe der Drachenlord mittlerweile mehrere Nächte im Freien verbracht. Der ehemalige YouTuber ist laut eigenen Angaben nun mittellos und die Polizei hat vor kurzem sämtliche technischen Geräte des Deutschen beschlagnahmt. Und auch ingame schreibt, so geht es Winkler heute, aktuell lebt er laut einem Interview mit Nordbayern von den finanziellen Reserven, die ihm aus dem Verkauf seines Fahrzeugs und der letzten Auszahlung von YouTube verbleiben. Denkt dran, er hat von seinem Grundstück zwar 70.000 Euro bekommen und auch wenn ich mich letztes Mal rechnerisch einfach sowas von dämlich vertan habe, gebe ich zu, er hat von seinen 70.000 Euro seinen Ford Ranger mit 40.000 Euro verkauft und der Ding dann für wahrscheinlich, ich kenne da keine genaue Zahl, für ungefähr 25.000 Euro verkauft. Nach dieser Rechnung hat er dann insgesamt noch 55.000 Euro vom Schanzenverkauf übrig gehabt und das ist für viele immer noch das Doppelte von einem Jahreslohn und das ist für viele immer noch das Doppelte von einem Jahreslohn. Denkt dran und denkt mal logisch, Drachenlord verpulvert das alles doch nicht innerhalb von einem halben Jahr, das kann ich mir nicht vorstellen. Der macht keine größeren Investitionen, der pilgert nur von Hotel zu Hotel, aber der pennt auch manchmal im Freien oder damals auch ab und zu im Auto, was zwar selten war, aber das war manchmal der Fall und dann muss man halt zusammenrechnen, wie viel der verbraucht hat. Wir können einfach mal den ganz kruden Gedankengang machen, wir runden einfach mal so ganz grob, der verbraucht jetzt wirklich viel Geld am Tag für irgendeinen Scheiß. Hotelaufenthalt, Essen, Trinken, Kacken, Wichsen, Kackduschen, was doch immer, ist mir egal. Er verbraucht täglich im Schnitt 200 Euro. Das rechnen wir dann einfach mal 30, das sind dann 6.000 Euro. Und wenn wir das noch 6 Monate hochrechnen, dann sind da 36.000 Euro. Und das ist wirklich eine Worst-Case-Rechnung, wenn ihr mich fragt. Ich kenne hier keine genauen Zahlen, ich habe keine Kontoauszüge von dem oder sowas, das weiß ich alles nicht. Deswegen ist es jetzt nur eine ganz grobe Rechnung von mir. Ich kann mir vorstellen, dass Drachenlord hier an der Stelle sogar ein bisschen spart, weil er einfach nicht weiß, was er mit seinem Geld kaufen soll. Oder, das kann auch sein, ich weiß es nicht, er macht irgendwo eine größere Investition, von der wir absolut nichts wissen. Und diese Investition beläuft sich im 5-stelligen Bereich. Und zum Hotel kann ich auch noch was sagen. Ich habe im letzten Video zwar gesagt, dass es für mich höchst unwahrscheinlich ist, dass Drachenlord die Hotels auf Kosten der Steuerzahler bezieht. Ich habe da aber was gelesen und das stand auch mehrmals in den Kommentaren drin und davon wusste ich überhaupt nichts, dass wenn die Gemeinde keine Obdachlosenunterkünfte stellen kann, warum auch immer, die einen Hotelplatz bezahlen müssen für diesen, in dem Fall quasi, Obdachlosen. Ich wusste davon überhaupt nichts. Ich wusste nicht, dass sowas existiert. Und ich hatte mich mit dem Heiligen Ofenkäse auf Discord nochmal unterhalten und der hat mir da noch ein paar Daten geschickt, die ich hier aber auch nicht schicken kann, weil ansonsten die Quelle versiegen würde. Und das sage ich nicht ohne Grund, ansonsten würde ich das hier im Video zeigen. Und durch die Daten, die mir der Heilige Ofenkäse auf Discord geschickt hat, ist mir jetzt mittlerweile auch klar geworden, dass Drachenlord den Hotelaufenthalt mittlerweile geschenkt bekommt. Auf Kosten des Staates. Der muss nichts machen. Der muss nichts machen. Darf aber in einem Hotel wohnen. Und das würde dann auch vielleicht erklären, wie es dann zu diesen Videos kommt. Weil der das ansonsten ja nicht macht. Und wenn er eine feste Position hat, also der im Hotel sitzt, dann macht er diese Videos. Und das gesparte Geld, ja, sagen wir es so gerade aus, das gesparte Geld, das kann er dann einfach in irgendeinem Schnullikack reinhauen, wie zum Beispiel dieses Tattoo. Und ich habe mich auch mal grob informiert. Für ein Tattoo für den Unterarm bezahlt man ungefähr 120 bis 200 Euro, je nach Tätowierer. Und wenn man ganz grob rechnet oder meine vorherige Rechnung in Bezug zieht, dann hat er hiermit einen ganzen Tag gespart. Und diesen Tag hat er in ein Tattoo investiert, den er nicht braucht. Er braucht das Tattoo nicht. Er kam vorher auch ohne Tattoos klar. Aber mit dem Dynasty möchte er höchstwahrscheinlich ein Statement setzen. Und ich kann mir vorstellen, dass Dynasty eine Umschreibung für unbesiegt ist. Kein Witz, das denke ich mir. Der weiß ganz genau, dass sich jeder über unbesiegt auf ewig oder über unbesiegt lustig macht. Deswegen denkt er sich da was anderes aus. Ja, was könnte ich nehmen, um meine Unbesiegbarkeit darzustellen? Hm, mal kurz gucken. Oh, das stimmt ja. Ich hatte mal Musik von Rasmus gehört. Hm, ah, der eine Typ da, der hat das geile Tattoo. Boah, das will ich haben. Und da steht auch Dynasty drauf, auch noch besser. Hm, um zu verdeutlichen, was ich hier jetzt denke bei dem Tattoo. Die Dynastie von Drachenlord steht immer noch. Denn Drachenlord selbst ist nicht besiegt, weil er immer noch im Internet unterwegs sein kann, beziehungsweise nach eigenen Aussagen, ja, nicht tot ist. Drachenlord behauptet immer von sich selbst, dass er erst besiegt ist, wenn er stirbt. Und selbst dann ist er nicht besiegt, weil er dann ein Märtyrer, also ein Auto mit Märtyren wird. Was auch immer. Vor allem die Nachricht in der Sprechblase. Danke, dass ihr mich mein Leben lang begleitet und getestet. Getestet habt. Wenn er das wirklich ernst meint, und das wird er damit ernst meinen, dann an der Stelle mein Beileid an Drachenlord, dass er sich jetzt für immer dafür gezeichnet hat. Und ich glaube, das weiß er auch. Ich glaube, er weiß ganz genau, dass er aus dem Game nie wieder rauskommt. Nie wieder. Ich glaube, das weiß er. Und deswegen hat er sich das Tattoo stechen lassen. Denn wenn das Thema Hater wieder kommt, warum auch immer, dann würde er einfach das Tattoo hochhalten und sagen, I am the Dynasty. I am the Lord. Irgendwie so ein Scheiß. Und das nächste, warum er sich überhaupt den Entschluss gefasst hatte, sich ein Tattoo überhaupt stechen zu lassen. Wir können ja mal kurz nachdenken. Es gibt sehr viele Influencer auf der Welt, die sich ein Tattoo stechen lassen haben. Aber auch halt irgendwelche No-Names. Es ist aber egal. Und ich kann dir ein paar Influencer zeigen, die hier Tattoos haben. Und ihr kennt sie alle. Da bin ich mir 100% sicher. Kevin Wolter hatte vor seinem Muskelriss im Bizeps absolut kein Tattoo gestochen. Dann ist ein Muskel gerissen und er musste sein Krafttraining extrem stark zurückschrauben. Und was hat er gemacht? Er hat sich von Kopf bis Fuß zustechen lassen, damit er sich noch, das ist mein Gedankengang, sich noch irgendwie aus der Masse herausheben kann. Äh, keine Ahnung. Ich finde sowas behindert, aber okay. Ungespielt ist nicht so hart tätowiert, aber er hat auch ein paar Tattoos. Und Drachenlord hat ihn auch ein paar Mal gesehen. Und vielleicht hat er auch mal ein paar Mal die Tattoos gesehen. Und Ungespielt hat auch einige Tattoos, auch auf dem Unterarm. Und seht ihr den Typen da? Ja? Dann kommt man auf seinem Level, denn der hat sich nämlich auch zustechen lassen. Montana Black hat auch sehr viele Tattoos. Und ich glaube, dass unter seinem rechten Auge war mal eine Knasträne. Aber egal. Ist völlig wurscht. Montana Black ist mittlerweile auch voller Tattoos, von Kopf bis Fuß. Also wirklich von Kopf bis Fuß. Und... Naja. Und ich kann mir vorstellen, dass Drachenlord das auch gesehen hat und sich denkt, aha, Influencer, beziehungsweise bekannte Personen, brauchen Tattoos, weil sowas hip und cool ist. Das kann wirklich sein, dass dieser Gedankengang wirklich in Drachenlords Kopf rumspukte. Denn nach diesem Gedankengang kommt Drachenlord dann wirklich auf Madeira und kann sich dort eine voll geile Zeit machen. Weil schaut mal. Das wäre doch voll geil, ne? Wenn das wirklich echt passiert wäre. Er wäre auf Madeira und könnte sich dort einen Bund machen. Wäre das nicht geil? Aber wenn das passiert wäre, dann wäre Drachenlord nicht die Person, die er heute ist. Es gibt halt so viele Motive, die man sich als Tattoo stechen lassen kann. Warum hat Drachenlord sich zum Beispiel nicht einfach Jesus tätowiert? Jesus ist auch für seine Jünger gestorben. Er stand zu ihnen. Und Jesus ist Jesus, aber Drachenlord ist der Anti-Mobbing-Jesus. Und ihr seht die Gemeinsamkeiten. Die beiden passen sehr, sehr, sehr gut zusammen. Die sehen sich auch aus dem Gesicht geschnitten. Ist euch das mal aufgefallen? Er hätte sich aber auch seinen Lieblingsstar tätowieren können. Wie zum Beispiel, was auch immer. Ist ein schlechtes Beispiel, aber er hätte sich auch Kronk tätowieren können. Er mag doch Kronk. Er schaut Kronk gerne und versucht auch gerne mal Kronk nachzuahmen, wenn er mal dazu kommt. Aber das wäre doch eine gute Idee, oder nicht? Oder wie wäre es mit einem Motiv, wo Drachenlord einfach ins Mikrofon brüllt oder headbangt? Das wäre doch auch voll Metal. Und wir sind ja alle auf irgendeine Art und Weise geboren, um zu sterben. Oder beziehungsweise, was dann auf Deutsch stehen müsste, geborene, um zu sterbende. Er hätte sich auch einfach ein Meme tätowieren können. Oder mal vielleicht sogar was richtig geiles, nämlich sein Lieblingsspiel, Zellert. Mhm. Denn ich habe gehört, dass er Zellert sehr, sehr gerne spielt. Wie zum Beispiel Zellert, Oga Atem in der Wildnis. Also, ich würde es feiern. Er könnte sich auch einfach ein Gesicht tätowieren lassen, um es den Hatern so richtig zu zeigen. Dann muss er die Hater nämlich nicht mehr selbst angucken. Oder ein Rapniss M&M. Ich mag das Tattoo. Das hat irgendwie was. Das ist einfach nur dumm. Der Rasenmäher auf den Kopf, wenn Drachlort mal Hausfall bekommt, wird mit 60 vielleicht der Fall sein, wenn er das Alter erreichen sollte. Oder nimmt sich sein Diätessen einfach mit. Wäre auch eine Idee. Oder er steht mal endlich mal zu seinen deutschen Wurzeln und tätowiert sich Deutsch-Ant auf seinen Rücken. Ihm wird gerne mal vorgeworfen, dass er Nazi ist oder ein Skinhead oder was auch immer. Aber seien wir doch mal ehrlich, er ist ein Deutscher. Und jeder Deutsche, der stolz auf sein Land ist, der braucht natürlich auch ein Tattoo, das irgendwas mit Deutschland zu tun hat, damit man auch direkt in die Schublade gesteckt werden kann. Ist doch eine tolle Idee. Der kann sich auch einfach so einen Scheiß tätowieren lassen, was auch immer das genau darstellen soll. Ich glaube, der sitzt im Cockpit. Oder nochmal Memes und zwar mit Spongebob Schwammkopf. Mhh. Wenn er aber wirklich mittellos wäre, dann hätte er sich vielleicht einfach nur, wenn er wirklich ein Tattoo haben möchte oder sowas, dann einfach so eine Scheiß Strumpfhose für den Arm gekauft, wo dann irgendwelche Muster drauf sind, was dann am Ende halt einfach nur ausgeleert werden würde. Aber egal. Er hat dann eine Strumpfhose für ungefähr, wie viel kostet so ein Ding? Acht Euro? Und wenn er wirklich kein Geld hätte, dann würde er gar nichts machen. Dann würde er nicht mal diese Strumpfhosen kaufen, dann hätte er kein Tattoo gestochen. Dann würde er das alles nicht machen. Aber hey, wir reden hier von Drachenlord. Welche Tätowierungen bei Drachenlord Sinn machen würden, wäre zum Beispiel das Tätowieren seiner eigenen Adresse auf der Brust, damit er die ja nicht vergisst, obwohl die Adresse hier auf dem Beispielbild auch veraltet ist. Das Tätowieren eines klaren Statements für das, worin ihn viele sehen, nämlich als hier in dem Beispiel Freiwild. Oder ein Porträt von ihm selbst, damit er sich die harte Arbeit vor dem Spiegel nicht mehr machen muss, um sich fertig zu machen, denn ein Porträt ersetzt bekanntlich einen Spiegel. Und wer es wirklich hart auf hart kommen lassen möchte, und Drachenlord ist ja wirklich einer der härtesten auf diesem Planeten, die machen einfach ein detailliertes Porträtfoto von sich selbst. Und Drachenlord, der hat's ja drauf, er ist ja der übelste Mittler, der ist richtig hardcore. Also, wo ist das Problem? Die Schmerzen, die hält er bestimmt aus. Aber persönlich gefällt mir das Bild am besten, nämlich eine Kollaboration mit Skybro und Drachenlord. Ich finde, die beiden passen sehr gut zusammen. Stellt euch mal vor, Skybro ist der Sohn von Drachenlord und Skybro muss immer noch von Drachenlord angerufen werden. Aber Drachenlord macht das einfach nicht. Das sollte er mal machen. Warum macht er das nicht? Skybro wartet nur drauf, dass er von Drachenlord angerufen wird. Ne? Also wisst ihr Bescheid? Eine GTA-Version von Drachenlord würde ich auch kaufen. Stellt euch mal vor, Skybro und Drachenlord in einem GTA-5 oder GTA-6 DLC. Selbst wenn das DLC unverschämte 50 Euro kosten sollte, ey, ich werde mir die 50 Euro sowas von gönnen. Denn ich bin im Gegensatz zu Drachenlord nicht mittellos. Aber Drachenlord ja offensichtlich schon. Denn er hat sowohl die Zeit als auch das Geld, sich ein 150 Euro Tattoo stechen zu lassen. Er hat ja sowas von kein Geld. Er hat ja sowas von keine Mittel. Er hat ja sowas von gar nichts. Deswegen kann er sowas mal eben machen. Und er ist auch noch stolz darauf. Er ist stolz auf sein Tattoo, das hässlich geworden ist. Er ist stolz darauf, den Staat zu verarschen. Er ist stolz darauf, die Hater zu haben. Er ist stolz darauf, irgendwie Fame zu sein. Er ist stolz darauf, diese Person zu sein, die er ist. Und deswegen, genau deswegen, wird er sich nie ändern. Und genau aus diesem Grund wird das Game immer weitergehen. Solange Drachenlord im Internet noch irgendwas hochlädt und der letzte Upload auch ein Jahr her ist, geht das Game weiter. Denn Drachenlord kann es einfach nicht lassen. Punkt. Ich hab euch lieb. Kuss auf Nuss. Metal Off. Wie fühlt es sich eigentlich an, von einem Sonderschüler so vorgeführt zu werden? Ich bin göttlich. 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 Ich bin göttlich.